Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja Leute, alles super duper, aber leider, leider keinen Fisch oder besser gesagt nicht den Fisch, den wir brauchen. Schade, schade, aber wir geben nicht auf, ganz klar. So, guten Morgen und einmal moin moin. So, komm, wir haben heute einen Geburtstag. Wir müssen heute dem Forscher zum Geburtstag gratulieren. Leider, leider ohne Kugelfisch. Oh, guck mal, schön bei uns wachsen die Sonnenblumen. Guten Morgen. Ja, dieses Ding, ich würde es gerne haben. Hier auch so ein Zapfern dran. Hat uns, äh, unser super schlauer Fernseher als Tipp gesagt. Wollte ich sowieso, ähm, moin moin, na? Was ist bei euch los? Alles gut? Ja, ne? Das ist schön. Bei euch ist alles gut und raus mit euch. Die Sonne scheint. Äh, wir brauchen Wasser. Wir werden sie nochmal einen Tag stehen lassen. Wir werden sie heute nicht ernten, weil sie sehen so mega schön aus. So, komm, was ist das hier? Ähm, gucken wir. Lassen wir uns überraschen. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Also, keine Ahnung. Und, so, einmal, das hier sind noch Radieschen. Okay, Peperoni ist wieder fertig. Ähm, können wir mal gucken. So, das hier ist Tomate auf der anderen Seite, ne? Also, glaube ich, das da. So. Äh, hier, achso, hier haben wir, ja, ja, klar, da haben wir jetzt drei frei hier, ne? Ähm, ja, was ist das hier eigentlich? Ähm, gute Frage, ne? Keine Ahnung, hier haben wir, da noch. So, zack, zack. Ähm. So, wir gucken einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Ich weiß es nicht, was das ist hier. Ähm, ja. Wir werden es herausfinden. Hopfen wächst auf jeden Fall super gut. Ähm. Das ist auch fertig hier. Sehr, sehr schön. Zack. Einmal, zack. Nochmal. Ach, jetzt haben wir wieder kein Wasser. Die letzten zwei, ne? Da müssen wir nochmal Wasser holen. Aber nicht schlimm. So. Hm, haben wir das? Haben wir das? Super duper. Erstmal alles fertig. Ähm. Ah, nein, 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 nein. Wir wollen sie noch nicht abpflücken. So, komm. Ähm, ach, wenn wir sie gießen, pflücken wir sie ab. Ja, komm, wir lassen sie noch einmal so stehen. Ähm, wir machen mal einmal Platz. Ich würde die gerne nochmal einen Tag stehen haben. Die sind so mega schön aus. So, die können wir auf jeden Fall erstmal behalten. Ach, guck. Machen wir so. Dann können wir die zwei wieder einpflanzen. Und, ähm, hier das noch. Und wir können ja auch einen Radieschensalat machen. Und die zwei Blumen verkaufen wir. Mh, hier. Komm, wir haben zwei Samen wieder. Machen wir so. Hier. Zack, zack. Und die lassen wir noch stehen. So, komm, wir gehen jetzt erstmal einmal zum Geburtstag. Gratulieren. Ein Hase. Da war er. Dann, äh, ich hoffe, wir finden ihn. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schwierig, ne. Den, äh, Forscher, der wohnt ja bei der Robin oben mit im Haus. Manchmal ist er hier. Mh, ist er jetzt aber nicht. Also gucken wir. Ach so, die Melonen hätten wir mitnehmen können gleich, ne. Aber nun gut. Haben wir nicht gemacht. So, komm, dann gratulieren wir gerade. Mh, ich hoffe, er ist im Haus. Robin ist da. Hey, machst du einen netten Spaziergang? Ach, guck, da ist er. Hier. Ein Geburtstagsgeschenk. Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Ja. Ach, guck, das ist so ein Labor hier, ne. Ähm, ja, wir können mal gucken. Wir können ein Hofgebäude errichten. Ein Stall kostet 6.000 Holz und Stein noch dazu. Brunnen brauchen wir erstmal nicht. Äh, 100 Gold. Äh, aber 5 Kupferbarren, ja, ja. Ja, mh, aber sollten wir uns dann auf jeden Fall, äh, auch nochmal überlegen. Ja, und das ist so, so mega teuer, ne. Äh, das brauchen wir erstmal auf gar keinen Fall. Großer Hühnerstall. Ach, guck, guck, hier. Ach, so. Ach, das ist dann, ja gut. Hm. Verbessern von Hühnerstall. ach so dann das könnten wir dann so machen brauchen dann das andere nicht abreißen das ist natürlich auch praktisch hier sollten wir uns dann vielleicht auch mal überlegen ob wir das dann machen das wäre natürlich nicht schlecht weil dann könnten wir auch ausbrüten lassen ich habe mich schon gefragt ob man das nicht mal machen könnte ist natürlich verdammt teuer na also im moment aber gut wir haben ja die möglichkeit werden wir vermutlich mal dann als erstes machen und dann mal gucken so gehen wir nach hause 13 uhr wenn was irgendwo blubbern sehen dann angeln war noch mal vielleicht finden wir ja hier mal was aber das ist caroline da haben wir noch mal einmal würmchen die holen wir uns gerade noch hier ja okay einmal zweimal leben ist auch nicht schlecht wir brauchen sie ja irgendwo führen also immer schön alles mitnehmen so wir gucken mal ob es hier noch blubbert an der stelle dann versuchen wir es noch mal jetzt ist es weg na so kommen dann versuchen was zwei versuche hier oder ein versuch hier dann hören wir auf 14 uhr 40 neuer rekord aber wieder gleicher für schnee kommen dann machen wir dann so wir versuchen sie jetzt einmal hier noch irgendwo hier ein zwei versuche wenn nicht dann nicht ein mal ein mal so das ist bestimmt so ein kugelfisch dann oder sowas könnte ich mir echt vorstellen und wir dürfen den nicht angeln so komm letzter versuch ne komm weg sonst stehen wir hier wieder den ganzen tag und nee wo war die da die nehmen wir mit hier tja herr forscher keine chance kriegen wir nicht geangelt na so komm dann können wir mal gucken ach wir könnten gleich mal ein so ein fisch ding da mal essen also wir haben uns jetzt so angestrengt beim angeln dann sollten wir jetzt auch mal so ein sushi essen aber ich glaube lebensmittelvergiftung oder sowas gibt es hier nicht mehr kommen wir essen mal zack mhm so ach guck hier haben wir noch eine peperoni die wir nicht genommen mitgenommen haben so wir verkaufen einmal ähm die blumen und die dinge ja komm diese eine peperoni verkaufen wir auch und diese blumen auch so was haben wir hier einmal das das ist cool ne also dadurch können wir ganz gut ähm kohle sparen ne und bekommen dieses zeug ich bin mal gespannt was aus einer brille rauskommt ähm so das äh ach so hier normaler müll ich bin mal gespannt ob da auch was bei rau äh also ob da was äh raus recycelt werden kann komm die nehmen wir jetzt aber nicht mit hier so dann haben wir das einmal sieht schön aus ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr was das da ist aber wir lassen uns überraschen ähm wir haben hier noch machen wir mal so mhm machen den lassen wir uns auch überraschen was das ist das könnte hier auch weizen sein ne oder ne den haben wir noch da ähm ja keine ahnung ach wir werden sehen komm jetzt nochmal einmal den weg hier mhm raten bringt jetzt sowieso nichts ähm ja ja ähm sollen wir wir könnten mal gucken hier noch so ein silo also zwei silo brauchen wir ja auf jeden fall ne oha hier haben wir auch ganz schön dickicht dass wir dass wir als nächstes uns erstmal ein silo bestellen das könnten wir eigentlich machen hier machen hier Platz lassen uns das hier aufbauen ähm von der guten Robin kostet nicht so viel kostet aber Kupfer ne ja aber wir hätten es stehen und wir werden es ja auf jeden fall brauchen ähm wäre vielleicht ganz gut und wir könnten dann ähm Gras schon mal äh sammeln vielleicht machen wir das so dass wir morgen nochmal zu ihr hingehen das bestellen bis sie es aufgebaut hat ähm ja ne und äh ich würde auch noch gerne die Hacke auch noch verbessern obwohl ja ist auch wieder so eine Sache ne weil das Kupfer äh auch für die Gießkanne obwohl wenn wir wieder in die Miene gehen ähm ja kriegen wir ja wieder was zurück ne also hier haben wir jetzt Platz ich denke das reicht den Rest machen wir sowieso auch noch hier ein bisschen Platz ne hm 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 blub 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 haben wir alles? ich denke schon hm ja ist ne gute Frage jetzt ne brauchen wollen wir das machen es wäre nicht schlecht ist aber eben halt auch wie gesagt wieder so eine Sache ne ähm ähm Material ist kein Problem aber eben das Metall so hier machen wir erstmal wieder zu na du Süßer jetzt schläft er hier mhm die nehmen wir mit die verkaufen wir zack ja wie macht man es jetzt gut ne ja machen können wir es ja wie wir möchten ne das ist kein Problem aber hm was haben wir hier nochmal verfeinerten Quarz so äh wir probieren mal einmal den normalen Müll aus ob da was rauskommt hier ähm so machen hier einmal zack und achso die können wir auch noch verkaufen jetzt haben wir noch so einen Samen Holz und ein so ein Fisch ja ja ich ich weiß nicht ob es jetzt gut ist er sich erst nochmal einen Silo zu bestellen oder vielleicht ähm diesen besseren Stall ich meine einen Silo ähm wir haben ja wir kommen ja erstmal noch gut damit aus ne also ich glaube nicht dass wir für diese zwei kleinen Hühnchen die wir da haben noch ein zweites Silo brauchen also könnten wir eigentlich auch erst sagen ne wir wir ähm ja wir wir machen ähm oder wir warten erstmal ab das ist die gute Frage hier ne ich weiß es nicht so komm wir nehmen das hier dann haben wir wieder ein bisschen Platz ähm so zack unser Hund liegt wieder super vorm Kühlschrank komm mach mal so so komm einmal Ei und einmal das davon haben wir auch schon jede Menge ähm Melone haben wir noch nicht eingekocht äh na dass wir sagen ich meine mit dem Dings mit dem Heu kommen wir auf jeden Fall erstmal hin hätten aber dann einen schöneren Hühnerstall einmal einmal der Wetterbericht Willkommen bei Wetter Neuigkeiten und Unterhaltung morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag so super duper und einmal ab ins Bett zack zack ja immerhin mühsam ernährt sich das Eichhörnchen aber wir verkaufen auch so gut wie gar nichts ist aber nicht schlimm weil wir werden es noch verkaufen ja Leute und wir haben den Sommer fast geschafft guten Morgen schöner Morgen ja wir sind schon wieder in den letzten Tagen vom Sommer schade schade eigentlich ne äh unser guter Willi er hat noch Geburtstag wir haben noch dieses Mondlichtquallenfest ähm ja und dann ist der Sommer schon wieder vorbei er geht viel zu schnell schade schade aber nicht schlimm ähm ja wir sollten gucken was wir jetzt machen als nächstes äh wie wir ähm also welchen Stall wir wofür wir uns entscheiden na das ist die Frage wir werden mal gucken ähm wir gucken mal was wir machen wir werden es uns gut überlegen vielleicht holen wir uns auch erst noch einen anderen Stall keine Ahnung wie man es schöner macht ähm mal gucken und bis dahin wünsche ich euch heute einen wunderschönen Tag macht es gut bis dann bis dann